Neun syrische Staatsangehörige, darunter acht Kinder, sind bei einem Feuer in der Stadt Bursa im Nordwesten der Türkei ums Leben gekommen. Der Brand sei Behördenangaben zufolge in der Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Bei den Opfern handelt es sich um eine 31-jährige Mutter und ihre sechs Kinder sowie zwei Neffen. Mehrere Bewohner aus dem Wohnhaus mussten zudem im Krankenhaus behandelt werden.